Sehen wir uns an, wie ein neuer Raum für unsere Meta-Home-Installation erstellt wird. Wir öffnen die Meta-App, wir drücken auf die Schaltfläche Mehr und wählen Raum. Dann wählen wir den Raum aus, den wir verwenden möchten. Wir ändern den Namen und klicken auf Konfigurieren. Dann wählen wir die Geräte aus, die wir in diesen Raum einfügen wollen und klicken auf Eingeben. Und so ist unser Raum auch schon konfiguriert.